Musik Willkommen zur nächsten Partie. Wir sind in der Hauptstadt Hertha. BSC empfängt Bayer 04 Leverkusen. In Leverkusen hat man ja angekündigt, dass man mit dem Trainer nicht über die Saison hinaus plant, weil die Ergebnisse einfach insgesamt nicht gestimmt hatten. Das steht also jetzt schon fest und in unserer Bundesliga-Tabelle, die könnt ihr ja einsehen auf fifa-online-bundesliga.de, da steht auch fest, dass Leverkusen im Mittelfeld bleibt und dass Hertha in der kommenden Saison international mitspielt. Aber ein kleiner Ansporn könnte für die Berliner sein, dass man vielleicht noch Werder Bremen, ich glaube die Bremer waren das, dass man die überholt. Dafür müsste man mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Ja, und das war abseits. Das war aber schnelles Abseits hier. Und die größte Motivation auf der anderen Seite ist natürlich der Titel, den Mucke haben will, weil Mucke darf keinen einzigen Zähler mehr abgeben. Er muss jetzt alles gewinnen, dann würde er aufgrund der besseren Tordreferenz sich den nächsten Titel sichern. Genau. Dann hätte ich so gesehen fast alle. Ja. Dann geht es eigentlich nur noch um Deutsche dazu. Oh, danke. Nur noch um Nationalmannschaft. Ja, und Europa League, da werden wir das Finale noch präsentieren. Da könnte ich doch nochmal... Angreifen. Angreifen, genau. Mal schauen. Ich will auf jeden Fall hier erstmal meinen ersten Titel sichern. 1 zu 0 für Leverkusen. Yeah! Das ist ein schlechter Beginn. Da, 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 da. Das deutlich früheste Tor an diesem Wochenende. Oh ja. Erste unter... unter zehn Minuten. Ja, bisher war es richtig ausgeglichen. Wir haben gleich viele Tore gehabt. Nun, wenn das dabei bleibt, hättest du ein Tor mehr und auch drei Punkte mehr auf dem Konto. Ja. Oh. Oh. Komm weiter. Komm, Hertha. Genau. Ja, ich habe sein... Oh, scheiße. Ich wollte auf den Zweikampf gehen, weil ich dachte, du kommst am Ball noch ran. Seit sage und schreibe. Es ist momentan meine fünfte Halbzeit ohne Tor. Ja. Könnte man sich daran gewöhnen. Nee. Das hatten wir aber schon lange nicht mehr. Oh, das war... Oh, da ist das Mikro kaputt. Da hat mich ein Richtmikro geschrottet. Oh, der Rücke gebrochen. Oh, Mann, 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 Mann. So, komm, ich will mal wieder eine Bude machen. Kann man denn bei dir eine Bude kaufen? Also, ich glaube, dir gebe ich ein paar Karten. Oh, ja, ich sammle gerne Karten. Ja. So, danke. Bitte. Aber dafür kriege ich dann auch bitte Rabatte auf die Karten, ja? Ja, ich kriege sie geschenkt. Wir waren hier schließlich, der. Äh, Scheißleben. Ja. Gut gemacht. Was du störst, ist sehr früh. Muss ich auch. Und das war ein Fehlpass-Sondergleichen. Aaaaaah! Eieieieiei. Da gehen wir überhaupt nur mal sicher. Also, den Wachkursen, wie die hier passen, gefällt mir gar nicht. Nee. Oh, der kannte den Weg. Komm, komm, komm. Oh, der Lust, Berger hat Lust. Rauf. Oh, schöner Seitenwechsel. Gut gestört. Boah, geht der früh drauf? Du nervst. Ja, Berlin besser, aber ohne richtigen Torabschluss. Und jetzt auch mit einem bösen Fehler. Meine Fresse. Ja, aber schon wieder viel Abschluss. Ja, guck mal, die Schwalbentaste. Die hat mir die Schwalbentaste geklaut. Boah. Ja, komm. Boah, ja, ja, komm. Ja, scheiß Leben jetzt. Komm, hier, lila Karte. Darf nie wieder auf Platz. Lila Karte, nein. Nein. Das bleibt gleich gelb. Die lila Karte. Hallo. 2-0. Oh, seid ihr dumm. Ganz schlecht verteidigt von Hertha. Ganz, ganz schlecht. Wir hatten vorher so gut gespielt und dann das. Das tut wirklich weh. 2-mal Chichirito. Gravier Hernandez. Komm mal, Kalugo. Muss ja auch schon nachgehen, wenn du den haben willst. So leicht gebe ich den nicht her. Oh, da hat Brooks aber aufgepasst. Mhm. Ich habe erst überlegt. Ich muss ja in Sekundenschnelle denken, wie machst du das jetzt am besten? Ich habe erst überlegt, ja, machst du vielleicht doch mal hoch? Ja, der wäre fast angekommen, der Feenpass. Oh. Oh, Hertha. Mann, das darf nicht wahr sein. Oh, oh. Genau. Ich habe noch keine Karte von dir gekriegt. Du hast mir eine versprochen. Oh, Alter. Ja, jetzt kriegst du nicht ein paar. Oh, ich sterbe. Meck er schon. Ah. Ah. Das gilt bereit. So, Nachspielzeit läuft. Was war das denn? Halbzeit! Mann, Mann, Mann. Also wir sind gut in den Zweikämpfen, aber man sieht es, wir haben nur zweimal raufgeschossen. Weniger Ballbesitz, Schussgenauigkeit auch nicht gut, Passgenauigkeit bist du besser. Ah, es ist ärgerlich. Vor allem, wie das zweite Gegentor gefallen ist. Ja, schlecht verteidigt. Das erste war eigentlich auch nicht gut verteidigt. Ne. Es gibt Pfiffe. Ja. Pfui! Kann das auch. Du warst richtig schlecht, Tom. Du warst richtig schlecht. Hallo. So, Hertha jetzt. Sturmangriff. Genau. Oh! Ich hab nicht gelacht, nein. Nee. Genau sowas darf immer nicht sein. Schön. Oh! Was? Oh! Das war hart an der lila Karte. Haraguchi, abgekocht. Oh! Scheiße, bist du dumm. Genau. Bist du dumm. Also den Elfmeter wollte ich jetzt aber, wenn es den nicht gegeben hätte, scheiß Leben, dann hätte ich mich absteigen lassen. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, guck mal. Ich wollte gucken, dass ich so behämmert aus wie schießen wollte. Ich hab den Ball nicht getroffen, tut mir leid. Fuck it. Oh! Ich brauch keinen Elfmeter rein. Es gab zwei Elfer am Wochenende. Keiner wurde verwandelt. Nee. Aber deiner ging wenigstens aufs Tor. Ja. So, wird das Halbzeit Nummer sechs ohne Treffer? Wir können auch gerne noch ein paar Halbzeiten dranhängen. Na, plattenhart. Aufpassen, na? Schöner Pass. Ja! Gut. Gut. Wie kannst du den noch abfangen? Scheiße. All den hab ich auf jeden Fall schön bei meinem Mitspieler gesehen. Ach, ey, jetzt aber Lilla, ey, komm. Nix, gelb, rot, Lilla. Erst Elfmeter verursachen. Oh, nee, ich bin heute ein bisschen rot, ne? Ich will kein Lila geben. Das war gar nichts. Ach, du bist auch gar nichts. Ups, scheiße. Oh, scheiße. Ja, du willst kein Tor mehr machen. Ich hab's begriffen. Äh, härter. Oh, scheiße, Lotte. Oh, nein. Ei, 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 ei. Mist, ey. Das war klar. Oh, oh. Oh, durch die Beine. Nein, nein, ich hatte doch. Zieh. Oh, fuck, hier ist viel zu viel Platz. Daneben. Oh, scheiße. Ja, jetzt kommt Hertha. Schon wieder mit Kalou. Gut gestört. Ich hab ihn immer noch. Ja. Oh, Hertha, du bist doch bekloppt. Bumm. Oh, scheiße. Voll verzogen. Ja. Hätt ich mal die Pfeiltaste gelassen. Schön. Ah, Schuss zu schwach. Ansonsten sah das ganz ordentlich aus. Aber reicht nicht für einen Treffer. Da war schon rabiater Zweikampf hier. Brrrr. Oh, tritt doch noch mal gegen. Und wenn ihm das Bein wegbricht. Ja, ist egal. Geil. Genau. Schön. Ich find ja immer lustig, wenn ein Pressball ist, du die Pressbälle gewinnst. Ja, ey, das ist vollgezogen. Also von Leverkusen kommt jetzt nichts mehr. Ich krieg keinen Ball mehr rein. Das ist echt ärgerlich. Wir hatten jetzt so viele Möglichkeiten. Aber aktuell hab ich so eine Torflaute. Ich glaub, jetzt gibt's ein paar Käferkarten. Ja, ich versteht die Welt nicht. Ich hätte hier schon längst unerschieden stehen müssen. Aber schnell. Fünf Minuten noch. Oh, rennt ihr vorbei. Ist dann so ein Lapp, ey. Komm. Oh Gott, und dann wieder sowas. Ja! Na endlich. 2 zu 1. Wird keine sechste Halbzeit ohne Treffer. Aber es können ja weitere sechs Halbzeiten damit vorkommen. Nee. Ich dachte doch nicht, nö. Wir haben doch noch drei Spiele. So, ich sichere mir jetzt den Titel. Nein. Niemals. Ich hab ein halbes Jahr dafür geackert. Lecker. Kloß. Au ab! Das ist meiner. So, Kampel, du bist frisch. Oh, du Lapp. Pfeif ab! Ah, das war's. Oh, oh! Ey, ja, 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 ja. Mediode. Ja, Hertha hat zu spät die Möglichkeiten genutzt. Ich mach mal nochmal totaler Angriff. Vielleicht können wir nochmal konternen. Pfeif ab! Danke! Leverkusen gewinnt 1 zu 2. Mucki geht damit im Spieltag in Führung mit einem Tor und drei Punkten und verkürzt. Ja, noch neun Punkte bei noch drei Partien. Genau, drei Spiele stehen noch aus und da entscheidet sich, wer muss in Liga 2. Bei uns ist ja noch die Frage zwischen Ingolstadt, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Augsburg, die sind alle noch mit dabei. Also, ja, bis nachher. Tschüss! 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 covered ist gar nicht. Und zum nächsten Mal, wer geht es nicht. Tschüss! Tschüss! TターT!